Servus Leute und Willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Ja, heute zeige ich euch wie ihr ein Aquarium baut und zwar drückt ihr hier nur auf den Knopf und schwupp sind hier Fische im Aquarium. Ja, das passt vielleicht auch ganz gut zum baldigen neuen Minecraft Update, die 1.13, welche auch Aquatic Update genannt wird. Ja, die ist ja auch viel mit Unterwasserneuerung befasst und so. Genau, und nun zeige ich euch wie ihr das baut. Ich habe mir hier mal eine kleine Testecke gebaut und zwar müssen wir als erstes diese Wand hier eins nach hinten verschieben, einen Block, sodass es dann so hier aussieht. So, dann gehen wir hier zwei Blöcke nach unten. Ihr könnt jetzt auch nur einen Block machen, aber ich mache es jetzt mal zwei Blöcke nach unten, damit man dann die Redstone-Verkabelung besser verstecken kann. Dann platzieren wir hier und hier einen Dropper. Und dann können wir hier schon mal die Fische reinlegen. Und zwar ist es eigentlich egal, welche Fische ihr da rein tut. Ich finde Pufferfische und Clownfische passen da am besten. Danach tut ihr hier das Ganze, den Boden quasi wieder zu machen. Und dann baut ihr hier drei Erdblöcke drüber. Und dann braucht ihr am besten Lianen. Gehen wir hier und nochmal Gras. Und dann gehen wir her und plötzieren schon mal hier und hier und hier das Holz. Das ist quasi dann der Tisch, wo das Aquarium im Endeffekt eigentlich draufsteht. Und dann noch das Glas. Ähm. Und oben drauf noch drei Wooten-Trapdoors. Ähm. Genau. So sieht es jetzt schon mal von außen aus. Und ihr seht schon, von außen her scheint es eigentlich schon fertig zu sein. Aber die Redstone-Verkabelung fehlt noch. Wir wollen am Ende hier unseren Knopf haben. Den kann ich schon mal hier platzieren. Und dann müssen wir jetzt hier hinter die Redstone-Verkabelung legen. Und zwar gehen wir da mal einmal drum herum. Und gehen jetzt mal hier nach unten. Bis wir hier die Dispenser haben. So. Bauen wir hier einfach mal Repeater hin. Verstärker. Bauen hier Redstone her. Und dann müssen wir gucken. Bauen wir am besten zwei breiten Gang. Und ihr könnt es eigentlich auch hier lang bauen. Aber da kann es passieren, dass der Dispenser hier die Items nach drüben rausschießt. Und das wollen wir nicht. Ähm. Wir müssen jetzt mal gucken. Hier ist das Aquarium. Hier ist die Wand. Und hier ist der Knopf. Heißt wir müssen hier drunter unter den Block. Und da gehen wir am besten so hier. Legen das Redstone hier lang. Und zack. Das dürfte schon funktionieren. Dann gehen wir. Bauen wir hier schon mal wieder zu. Einen Moment. So müssen wir das machen. Sonst schneiden wir nämlich mit dem Block den wir hier setzen. Hier die Redstone Linie ab. Das wollen wir ja nicht. Das heißt wir bauen hier wieder überall zu. Gehen hier wieder drum herum. Und jetzt können wir es auch schon probieren. Und zwar drücken wir hier einfach mal auf den Knopf. Und ihr seht. Es funktioniert. Ähm. Wenn ihr jetzt nochmal drauf drückt. Ähm. Wird es vielleicht ein bisschen packig quasi. Werden jetzt die Fische dann. Wenn mehrere Items der gleichen Sorte auf dem selben Fleck liegen. Werden die ja zusammengefasst. Und zwar wie folgt. Seht ihr. Jetzt. So hier. Da. Die Nemos. Sieht vielleicht aus als wenn die im Schwarm schwimmen. Aber gut. Ja. So Leute. Das war es wieder mit dem Tutorial. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja dann würde ich mich selber eine kleine Bewertung freuen. Und wenn ihr keine weiteren Tutorials mehr von mir verpassen wollt. Dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten Leute. Schreibt mir gerne Vorschläge für andere Tutorials in die Kommentare. Und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin Leute. Ciao. Untertitelung. BR 2018